Wir haben noch mal der Flughafen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Können wir gerne machen. So sieht's aus. Noch wer ohne Fahrschein? Noch einer? Ja, da. Wo bist du? Noch einer ohne Fahrschein. Da. Noch einer ohne Fahrschein. Komm, wie stellt ihr dich? Ich hab meine alte verkauft. Nicht vor langer Zeit. Wie gesagt, ich hab die mir erst... Ach, da ist noch einer ohne Fahrschein. Also ich bereue es nicht, die Pro gekauft zu haben. Sehr viele hatten sich darüber beschwert gehabt, dass es gar keinen Unterschied machen würde. Also ich finde das schon. Ich hab einen Full HD Fernseher zu Hause. Und ich finde schon, man sieht den Unterschied. Wenn man den Vergleich macht. Ich hab das schon alleine an Horizon Zero Dawn gesehen. Ey, komm da raus. Sei mal nicht so happig. Willst du noch sterben? Sag ich doch. Oh, komm. Oh, Jesus! Komm ich dir entgegen. Sei gar 12 wie hier auf dem Channel. Aber bitte mit zwei I. Oh, was hat denn da explodiert? Ich mach da auch eine Fahrschein. Ja, so. Okay. Kann man auch im Partychat gehen? Zusammen gehen. Und dann kann man sich ein bisschen besser unterhalten. Okay, Doki. Auf zum nächsten Versuch. Das ist mein Flugzeug. Okidoki. Hoffentlich schaffe ich das jetzt.